Musik Es gibt sehr viele Krimiserien, die als 0815 enden, aber beim Tatort finde ich das nicht. Allein schon, weil es immer andere Ermittlerteams sind, kann es ja nicht 0815 sein. Sie haben hier jedes Mal ein anderes Team und aus dem Grund kommt schon Abwechslung rein. Dann haben Sie grundsätzlich andere Fälle. Sie haben andere Persönlichkeiten als Ermittler, die auch anders an Ihre Fälle rangehen. Und da haben Sie die Abwechslung. Und mehr will man ja im Prinzip nicht. Ich persönlich möchte immer gerne etwas Neues sehen, etwas, das ich noch nicht kenne. Und wenn ich nach einer Viertelstunde das Gefühl habe, ach Gott, ich weiß ganz genau, wie es weitergeht oder was in der nächsten Szene kommt, dann verliere ich das Interesse. Aber das passiert mir bei Tatorten relativ selten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017